hallo liebe abonnenten alte und neue ich hoffe ihr seid gut gerutscht ins neue jahr ihr seid alle gesund und alles so weit so gut ich habe wie versprochen natürlich die zeit genutzt ich zeige es euch mal hier hinten hier die zeit genutzt ein bisschen zu renovieren dahinter ich zeige es euch mal da war immer das studio wo ich gesendet habe das ist jetzt alles renoviert frisch und das wird jetzt alles umgebaut und da kommt jetzt dann ein sitzbereich rein und da hinten soll dann wohl das neue studio reinkommen alles wollte ich euch mal zeigen so und ich muss jetzt wie gesagt umbauen und es dauert halt ein bisschen bis die technik wieder steht und alles und ich werde auch wieder neues video reinknallen bleibt mir trotzdem treu ich mache auch ein bisschen urlaub wir machen natürlich ein neues video da geht es mal um die spielerverträge was sehr wichtig ist spiele spielerverträge laufen aus mal gucken was man da in erfahrung bringen kann so dann haben wir jetzt den bfv pokal glaube ich nennen gegen neuenheim oder was und das ist glaube ich aber verlegt worden oder was da ist noch kein zeitpunkt termin oder habe ich noch nichts gesehen auf jeden fall aber ich mache mich kundig sobald hier alles renoviert ist und dann haben wir noch das trainingslager glaube ich in siede in der türkei da informiere ich euch auch ein bisschen das sind ja zwei drei testspiele geplant wie ich mitgekriegt habe da ist noch einiges an infos zwischendrin leider nicht so viel zu berichten im moment ne ja das war es eigentlich auch schon also ich muss hier weiter arbeiten ich gucke dass wir alles auf die reihe kriegen und dann machen wir auch nächste woche oder beziehungsweise diese woche am wochenende vielleicht noch mal neues video was schönes schreiben und schöne informationen reinholen ansonsten hoffe ich dass ihr alle gesund überlebt habt silvestern ich habe ja gelesen in mannheim ist es ziemlich abgegangen da haben sich die leute wieder die birne eingeklopft so ein quatsch verstehe ich sowieso nicht ist total unnötig an so einem schönen tag sollte man sich einer neidrinken paar rakete und sich ein schönes mädel suchen und schönes neue jahr mit der rein feiern aber naja manche hauen sicher lieber die birne breit okay wem es was bringt der soll es halt machen okay ansonsten bleibt gesund wir sehen uns ich gucke dass ich alles auf die reihe krieg und bleibt menschlich ne okay bis dann geld und dann